Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite Shop vom heutigen Tag. Und wenn ihr auch gerne jeden Tag den neuesten Shop sehen wollt, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert auch gerne die Glocke, denn dann kriegt ihr jedes Video mit. Jetzt würde ich aber sagen, zeige ich euch direkt den neuesten Shop. Heute gibt es wieder ein paar neue Gegenstände und zwar einen neuen Tanz, einen neuen Gleiter und einen neuen Skin und mit dem Skin fangen wir direkt mal an. Das hier ist der Bigfoot Skin. Der ist hier aus dem neuen Bigfoot Set und auf jeden Fall ist er heute endlich ins Spiel gekommen. Diesen Skin gibt es ja schon seit längerem in den Spieldateien. Und ja, es war echt was komplett Neues. Ich finde den Skin an sich eigentlich verdammt cool. Ist dann auch eher wieder so ein Sparskin und das hier hinten ist auf jeden Fall das Rückenteil. So eine Box auf jeden Fall. Und ich glaube, der hat hier diesen Fischstäbchen Skin umgebracht. Oh, oh, oh. Und auf jeden Fall gibt es dazu noch einen Gleiter und ein luftiges Lager. Das hier ist dann der Gleiter dazu. Und wie man sieht, das ist hier so ein Zelt, Lager, wie auch immer. Finde ich auch verdammt cool. Und ansonsten gibt es bei den vorgestellten Gegenständen nochmal den John Wick Skin. Der Skin mit seinen zwei Stilen, einmal Standard und Lediert. Und dazu gab es ja auch den neuen weiblichen Skin, die Sophia. Auch verdammt cooler Skin. Und dazu gibt es auch noch die Hacke einfacher Vorschlaghammer. Hier zeige ich mal den Ton. Ja, auch diese Sachen sind nochmal hier zurück. Das sind auch schon die vorgestellten Gegenstände hier. Und an der Stelle könnt ihr mal ganz kurz zu rechts und hier auf einer Schütze ein Quater klicken und mein Code Deto eingeben. Würde mich an der Stelle mega, mega freuen. Vielen lieben Dank an jeden, der das Ganze macht. Damit gehen wir schon direkt zu den täglichen Gegenständen. Hier geht es nochmal zu weiteren Skins. Einmal hier die Raufbollin. Ein sehr, sehr alter Schlichter Skin und der gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Ansonsten gibt es hier die Arctis Assassinen. Auch ebenfalls ein sehr, sehr alter Skin. Ist er hier in so einem grauen, weißen Look. Und ansonsten sehen wir hier noch die Messhacke. Hier zeige ich mal direkt den Ton. Ja, finde ich auch ganz nice. Und dann gibt es hier dann mal drei Emotes hier. Einmal Pick It Up. Ja, das hier ist so ein entspanntes Vorbewegungs-Emote. Und ansonsten gibt es noch hier Signuler Shuffle. Ja, das ist dieser Shuffle-Tanz mit diesen Effekten hier. Und ich muss sagen, die Effekte sehen vielleicht auch nice aus. Und dann gibt es hier noch das neue, aber auch Siege-Emote. Ja, das hier ist der neue Tanz. Und der macht halt so ein W für Winner, denke ich mal. Finde ich ehrlich gesagt verdammt cool. Und ja, der Tanz ist auch so, sage ich mal, motivierend mit der coolen Musik. Ja, verdammt cooles Emote. Und das ist auch schon der gesamte Shop von heute. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Shop haltet. Und das war es dann mit dem Video. Und das war es dann mit dem Video.